Was wäre, wenn du dich wirklich mal in den Typen verliebst? Tag Phil! Seid ihr jetzt richtig Big Love? Ist es schön? Ist es kosmisch? Werdet ihr heiraten und Kinder kriegen? Du hast eine verrückte Zwillingsschwester, die kleinen Jungs Angst einjagt, um die großen Jungs kümmert sich deine Mutter und ihr wohnt in dem riesigen alten Haus drüben am Wald. Verliebt? Meinst du nicht, dass das ein ziemlich starkes Wort ist? Was ist letztens noch passiert? Was soll mich daran hindern, von hier zu verschwinden? Ha? Und wie fandet ihr es? Ja, das war... Das war ziemlich grauenhaft. Ja. ! ... Ja.